Es ist eine einzige Insekten-Grill-Party, meine lieben Freunde. Seht euch diese Grill-Party an. Ich sehe nur Symbole auf Blö... Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn. In der finalen Version ist unsere Basis jetzt eine voll einsatzbereite und bewaffnete Kampfstation. Seht es euch an. Wir haben Suchscheinwerfer, wir haben automatische Laser-Abwehrkanonen, wir haben solarelektronische Panzerfäuste, wir haben alles mögliche. Ja, wir sind der absolute Wahnsinn. Und ja, da ist Ken auch wieder. Da hat er wieder Scrap Metal gefunden tatsächlich. Sehr schön. Und wir haben nochmal ein paar Pfeilen jetzt hier ausgelegt. Das machen sie dann am nächsten Tag. Jetzt müsste auch bald wieder tatsächlich eine Horde anstehen. Das ist langsam, aber sicher wieder Zeit für eine. Und wir sind gerade dabei, die Mechs zu erforschen. Immer noch. Diese Forschung ist leider sehr aufwendig. Braucht noch, also insgesamt fünf Tage muss man da forschen. Braucht zwei Mechkurs, 200 Metalllegierung. Und wir sind bei 48% Forschungsstand. Das dauert also noch ganz schön lange. Also wir haben gerade mal, nicht mal knapp die Hälfte haben wir erforscht. Dafür haben wir gerade noch eine Laserlanze geplündert. Ich habe auch schon mal ein paar von meinen Nasen mit neuen Klamotten ausgestattet. Das war ja teilweise schon ziemlich eng bei einigen Klamotten. Ja, hier bei Rita sieht man es, wie eng das teilweise schon war. Wie schlecht die Klamotten teilweise waren. So, beim Sender. Genau, den Sender können wir auch gleich mal noch sagen. Er soll schon mal eine neue Hose, eine neue Weste und einen neuen Helm anlegen. Was wir noch brauchen, sind noch Stiefel. Da fehlen uns noch welche. Müssen wir auch mal schauen. Genau, guck mal, da kann er erst nämlich gleich anlegen hier. Eine Weste kann er anlegen. Zwei sind noch da, das passt. Immer schön anlegen, genau. Wunderbar. Und dann hier noch ein Helm und Stiefel haben wir ja leider nicht mehr. Da müssen wir mal gucken. Genau, und die Rita ist jetzt, glaube ich, noch diejenige, die noch nichts hatte an neuen Klamotten. Hier, warte mal, wir müssen mal die Stiefel noch einreihen, glaube ich. Die sind hier gar nicht drin. Synthetische Stiefel, ne, die sind hier nicht drin. Stiefel, synthetische Stiefel bis sechs auf Lager sind, genau. Und dann schiebt die mal noch nach oben. Irgendwie konnte man mit irgendeinem Tastenkniff, konnte man das bis ganz nach oben in die Liste verschieben. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, wie das ging. Genau, auf jeden Fall Stiefel werden gebraucht. Sehr schön. Und Nova macht die Stiefel auch gleich. Nova ist auch sehr gut bei der Anfertigung. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und ich mache jetzt immer so ein bisschen die Beschleunigung auch an, weil, wie gesagt, wir brauchen halt sehr lange noch für die Forschung. Und tendenziell läuft das jetzt gerade in der Base eigentlich auch so gut, dass ich jetzt nicht so detailliert auf bestimmte Sachen achten muss. Schon wieder eine Laserlanze geplündert. Nice. Da haben wir ja bald alle Laserlanzen zusammen, um denen alle nochmal eine neue Laserlanze auch zu geben. Nicht schlecht. Sollten wir auch machen, bevor die zerfallen. Weil wenn wir die vorher zerlegen, wenn die noch so ein bisschen so einen Restzustand haben, dann kriegen wir nämlich Zeug zurück. Wenn die von alleine zerfallen, kriegen wir nichts zurück. Wenn die einfach kaputt gehen. Warte mal. Sura, Sura, Sura. Warte, 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 warte. Du kannst gleich mal dich ausrüsten. Laserlanze kannst du gleich mal mitnehmen hier. Dann kann ich nämlich die alte Laserlanze schon zum Zerlegen freigeben. Kriegen wir wieder Zeug zurück. Guck mal. Siehste? Äh, und die machen wir jetzt nämlich kaputt. Genauso auch wie diesen Helm. Und genauso auch wie diese Weste. Und genauso auch wie diese Hose. Dann können wir nämlich aus dem Restmaterial, was dann wieder rauskommt, den synthetischen Stoffen und so, können wir dann nämlich direkt wieder neues Zeug machen. So, Laserlanze für Ken ist auch eine gute Idee eigentlich. Dann ist der nämlich voll ausgestattet, der Knabe. Und dann haben sie nämlich beim nächsten Angriff eine gute Ausrüstung. Man muss sich das so vorstellen, die Rüstung ist im Grunde die Verteidigungslinie 0. Ja, das ist, äh, die letzte Verteidigungslinie zwischen dem Gegner und dem Survivor. Wenn der Survivor eine schlechte Rüstung hat, wenn der Gegner direkt vor ihm steht und auf ihn draufschlägt, dann ist er im Grunde eigentlich im Popo. Weil dann ist er ziemlich schnell verletzt, dann blutet er ziemlich schnell, auch ziemlich stark und dann ist er auch schon so gut wie tot eigentlich. Und wenn das so ein Juno-Zerstörer ist, der vor ihm steht, dann ist er im Grunde eigentlich schon tot in dem Moment, wo er ihn gesehen hat. Deswegen ist das ziemlich wichtig. Wir haben zwar so eine gute Verteidigung, dass die Viecher eigentlich nicht rankommen an die Survivor, wenn alle in der Base sind. Nur, das ist halt nur insofern, äh, gültig, wenn mal irgendwie die Turrets ausfallen sollten, sieht das schon ganz anders aus. Und die Flugviecher sind ein großes Problem immer noch. Diese fliegenden Insekten. Da müssen wir ein bisschen gucken, weil die fliegen halt an der Verteidigung vorbei und können halt auch gezielt auf Survivor gehen. Und wenn die einen Survivor treffen, dann verliert der ja auch wieder Waffenhaltbarkeit und auch Klamottenhaltbarkeit. Weil die ätzende Säure, die die verspucken, die reduziert ja die Haltbarkeit dann wieder, wenn sie getroffen wurden, genau. So, äh, was wir auch noch machen müssen, hier sind noch Fallen bei alten Eingängen, die wir nicht mehr nutzen. Das fällt hier so ein bisschen wenig auf, aber tatsächlich ist das so. Wir müssen das mal ein bisschen noch verlegen hier. Leider kann ich die immer nur einzeln versetzen, das ist immer ein bisschen dämlich. Ähm, ich muss die einzeln ankriegen und muss die dann so verschieben hier. Das ist ein bisschen nervig. Aber geht leider nicht anders. Das müssen wir auch mal machen, weil diese Fallen können natürlich auch mithelfen, wenn hier Gegner kommen. Da kann natürlich auch, äh, ne, die können ja dann, je mehr Fallen verlegt sind, desto mehr Wahrscheinlichkeiten gibt es, dass ein Gegner festhängt. Oder wenn jetzt auch mal so eine Riesenhorde spawnen zum Beispiel, so eine 100er oder 300er Horde gibt es ja auch, gibt auch 500er Horden. Dann ist jede Falle an jedem Eingang, wo die langlaufen, die Viecher Gold wert eigentlich, weil dann immer ein Gegner wegfällt. Also gerade auf dem Untergrund hier mit dem Kiesel. Was ich auch noch gemacht habe, ist, da ganz rechts, da habe ich jetzt nochmal ein Feld angelegt für diesen Sirup. Es gibt ja diese Sirup-Pflanzen. Hier diese, genau. Die wachsen nur auf diesem Kiesuntergrund. Und ich glaube, die kann man nochmal benutzen, um bestimmte Getränke oder bestimmte Nahrungsmittel herzustellen. Ähm, das ist eine wichtige Zutat auf jeden Fall, genau. So, Ken baut nochmal eine Sniper. Jawoll, Ken ist auf Stufe 8 Anfertigung. Nice. Was wir aber mal ganz dringend bräuchten, das wäre hier das Pulsgewehr, weil Soras, äh, ne Quatsch, Novas Pulsgewehr ist nämlich bald am zerfallen. Haben wir noch so viele Energiezellen? Ja, wir haben noch sehr viele Energiezellen. Das sieht sehr gut aus eigentlich. Sieht sehr gut aus. Nova macht jetzt auch die Stiefel. Haben wir schon wieder Stiefel bekommen? Eigentlich. Ne, noch nicht. Da, da fehlt noch ein bisschen was. Deckenlampe-Defekt. Okay. Was jetzt richtig reinkommt, weil ich jetzt auch nochmal so einen dritten Fabrikator gebaut habe, ist dieses Metalllegierungszeugs. Also da kommt jetzt richtig viel zustande. Und deswegen habe ich jetzt auch nochmal die Stromversorgung weiter ausgebaut. Mache ich auch direkt nochmal hier. Nochmal weitere Windräder und so aufbauen. Das ist schon wichtig, weil dann kriegen wir nämlich noch mehr Strom. Und Strom ist wichtig. Gerade auch so, ne. Es gibt auch noch ein Kohlenstoff-Windrad, das wir freischalten können, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Das war, irgendwo habe ich das gesehen. Ich weiß nicht mehr wo. Kann auch sein. Ja, hier genau. Kohlenstoff-Windrad. 25 Kohlenstoff bringt 80 Strom. Ein Windrad momentan bringt 40. Das bringt doppelt so viel. Krass. Aber braucht natürlich auch erstmal so ein bisschen so ein Zeug hier. Wir sollten vielleicht auch mal sagen, dass wir noch ein bisschen mehr von dem Nanoröhren herstellen sollen. Dass wir immer so 30 haben. Weil manche Waffenproduktionen und so und setzen das halt auch voraus. Und manche Forschungen, dass wir das haben. Genau. Stiefel sind gleich fertig. Dann können wir dem Sender gleich noch seine Stiefel geben. Der hat nämlich noch keine bekommen. Der braucht noch welche. Genau. Sehr schön. Da sind sie fertig. Und wir haben ein Achievement gekriegt. Battle Ready habe ich bekommen. Was auch immer das genau bedeutet. Ein Steam Achievement. Genau. Zieh dir mal die Schuhe an. Und dann können wir die Schuhe, die da jetzt auszieht, die können wir wieder zerlegen. Kriegen wir das Material zurück. Genau. Und das Hemd da können wir auch gleich zerlegen. Oder T-Shirt oder was das da ist. Genau. Irgendwie können wir noch jemandem eine Laserlanze geben. Wer hat denn noch die kaputzte Laserlanze momentan? Eigentlich ja auch Sender. Aber der macht gerade Ditchery-Doo. Er ist aber gleich voll entspannt. Dann lassen wir ihm noch die Laserlanze nehmen. Solarkollektor-Defekt. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist nicht gut. Wir brauchen Strom. Die Fallen vom nicht genutzten Eingang verlegen. Genau. Das habe ich schon gemacht. Also so teilweise zumindest. Es gibt noch einen zweiten, wo wir da noch was verlegen können. Tatsächlich nicht. Das waren zwei Stück, die wir geschlossen haben. Genau. Legen wir mal die Ausrüstung an. Rita ist wieder am Forschen. Das ist wichtig. Jetzt sind wir auf 50% bei den schweren Mechs. Die sollen auch sehr overpowered sein, wurde gesagt. Die schweren Mechs. Also da lohnt es sich wohl auch welche zu machen. Genau. Nova macht wieder Schuhe. So, dann braucht nur noch Rita eine neue Rüstung eigentlich. Und dann haben wir es. Sie braucht auch mal eine neue Knifte. Wenn sie fertig geforscht hat, lasse ich sie zumindest mal die Waffe nehmen. Dann kann nämlich die Waffe auch gleich noch zerlegt werden. Die scheint nämlich bald zu zerfallen, wenn ich mir das so angucke. Also wie gesagt, bevor die Waffen und Ausrüstungsgegenstände und Klamotten zerfallen sind, sollte man immer versuchen, die Waffen nochmal wegzulegen, damit man die vorher noch zerlegen kann. Wie gesagt, das ist immer besser, wenn sie die Waffen zerlegen, damit noch ein bisschen Zeug rauskommt dabei. Als wie wenn sie sie einfach, ja, als wie wenn sie sie halt einfach zerfallen lassen quasi in ihren Händen. Wenn sie in ihren Händen zerfallen, dann bringt es halt nichts. Dann kommt halt nichts bei raus. Immer wichtig, vorher die Klamotten nochmal zu zerlegen. Weil gerade bei den synthetischen Rüstungen, diese synthetischen Stoffe, die muss man ja auch erstmal herstellen. Das ist ja aufwendig, das ist ja nicht einfach mal so erledigt. Die muss man ja, glaube ich, hier craften. Ja genau, die muss man hier aus Treibstoff craften. So, dann kann man die herstellen. Das aber dauert halt, muss halt wieder einer machen. Und in der Zeit macht er das halt nur. Und dann kann man aber so einen Teil von diesen Stoffen halt wieder zurückgewinnen und kann dann gleich neue Klamotten draus machen. Oh, guck mal. Das ist mal ein Insektennest, das mal... Naja, obwohl ich wollte gerade sagen, dass es gar nicht so weit weg ist, aber es ist schon ganz schön weit weg. Wir müssen aber eigentlich wirklich mal zu so einem Insektennest gehen und das mal raiden, damit wir noch ein bisschen mehr Kohlenstoff bekommen. Weil dann können wir nämlich auch mehr mit Kohlenstoff noch auch machen. Da kommt ja dann später, wie gesagt, noch die Windräder, Kohlenstoff-Windräder. Dann kommen auch noch die Kohlenstoff-Verteidigungen. Laser-Verteidigungen gibt es jetzt ja auch noch. Wie gesagt, muss man sie erstmal hinforschen. Dauert halt alles ein bisschen. Und jetzt haben wir gerade mal 51% von den Super-Mechs. Es dauert halt einfach. Es dauert halt einfach. So, jetzt schlafen sie wieder. Ich mach mal vorspulen. Und bald müsste auch eigentlich wieder eine Horde kommen, tatsächlich. Also es ist eigentlich bald wieder fällig. Würde ich sagen. So, jetzt guck ich nochmal. Hier hinten waren noch irgendwo Fallen. Hier genau, die könnte man nochmal versetzen auch. Machen wir das doch gleich mal. So. Schön Fallen verlegen. Während die Geschwindigkeit im Hintergrund ein bisschen noch rennt. Das ist schon gut, wenn die Geschwindigkeit so ein bisschen noch rennt. Das Verlegen müssen die halt leider auch selber machen. Das ist halt immer ein bisschen doof. Wir machen es mal so. Wir machen immer so Zweierblöcke. Die wir dann so ein bisschen versetzen. Weil, wie gesagt, die Gegner laufen immer zur nixgelegenen Tür, die offen ist. Um schnell zu den Survivern zu kommen. Da werden sie tendenziell da eher so einen kleinen Bogen laufen, um dann halt hier zur Tür zu kommen. Insofern gebe ich dem Ganzen hier so ein bisschen so einen Knick. Und irgendwann haben wir dann wahrscheinlich sowieso den ganzen Bereich voller Fallen. Ohne, dass da noch eine Lücke da dazwischen ist oder so. So, die sind auch gerade ganz gut in der Lage, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Das freut mich natürlich. Super, super. Weil hier sind die Fallen deutlich sinnvoller als hier oben. Da ist ja das Tor geschlossen. Da gehen die Gegner tendenziell ja gar nicht hin. Genau. Sehr schön, sehr schön. Nice, nice. Und eine defekte Deckenlampe. Natürlich. Was sonst? Stauraum gibt's nicht. Okay. Das ist aber egal. So hat Rita jetzt... Kann die jetzt mal sich Stiefel nehmen auch? Ja. Rita hat nämlich gerade nichts zu tun. Stiefel anlegen. Schön die Rüstung ausstatten. Genau. Na, dann sind sie nämlich auch nicht so angefressen. Wenn sie nämlich abgenutzte Klamotten tragen, das senkt die Stimmung nämlich. Das ist nicht so gut. Dann sind sie sehr schnell runter jetzt so. So, warte. Was fehlt jetzt noch? Der Helm, genau. Und dann haben sie jetzt alle wieder gute Klamotten an. Das ist doch gut. Ganz ausgezeichnet. Wunderbar. Können wir eigentlich das Ding hier mal ablegen? Leg mal, genau. Leg mal die, äh, Dings ab. Weil dann zerlegen wir die nämlich, bevor die kaputt gehen. Hier mal zerlegen lassen, genau. Hier die Rüstung auch zerlegen. Und die beiden Klamotten hier zerlegen. Noch irgendwas? Ne, ich glaub, das ist es erstmal, genau. Ähm... Wer hat denn noch so ne kaputte Laserlanze jetzt eigentlich? Nova hat so ne kaputte Laserlanze. Warte mal. Dann gehst du mal da auf nichts, genau. Schön fallen lassen, genau. Ken hat ne gute und er hat auch ne schlechte. Dann macht da mal auch nichts, genau. Schmeiß die mal auch weg. Dann zerlegen wir die nämlich jetzt auch, bevor die zerfallen. Kriegen wir, glaub ich, äh, Energiezellen und CPUs oder so. Kriegen wir da, glaub ich, wieder. Oder Kohlefasern, genau. Guck mal, Kohlefasern kriegen wir da zurück. Das ist natürlich richtig geil. Insofern immer schön die Sachen zerlegen, wie gesagt. Nova, neues Gewehr. Das wird, glaub ich, grad hergestellt. Das macht Nova grad. Die stellt sich grad ne neue Waffe selber her. Ich glaub, nämlich, es gibt noch keine neue Betäubungsknifte im Schrank. Genau, das macht sie grad. Ah, passt ja. Wenn sie das selber macht. Sie ist auch, glaub ich, die einzige, die noch ne abgenutzte Waffe jetzt hat. Jaja, sie ist, jaja. Er hat halt die, äh, Stufe 2 Railgun. Die kann ich noch nicht ersetzen, glaub ich. Weil die noch nicht erforscht ist. Ähm, aber die... Müssen wir dann irgendwann auch natürlich ersetzen. Er hat halt ne deutlich höhere Reichweite als die Standardsnipern, ne. Und deswegen kann ich die jetzt nicht einfach weglegen durch ne andere ersetzen. Also ja, zur Not, wenn die halt kurz vorm, kurz vorm Tod steht, dann könnte ich die auch ersetzen durch die normale Standardsniper, aber... Dass man die vorher noch zerlegen kann halt. Aber jetzt momentan hat sie noch 40%. Das geht also noch. So, Jack ist am Fressen. Sehr schön. Und dann kann er eigentlich gleich schlafen gehen. Nova geht auch schlafen. Dann können wir gleich wieder vorspulen. Ordentlich. Ja, haben wir doch die Ausrüstung auch gut ersetzt. Siehst du, es ist immer so ein bisschen so eine Achillesferse. Wo man dann immer so ein bisschen Gefahr läuft, es zu vergessen. Dass die ja auch ihre Ausrüstung in Schuss halten müssen, so. Da muss man ein bisschen dran denken. Sender, Transport, ja, der ist ja nachtaktiv, stimmt. Ne, alles ist richtig. Ist alles richtig, alles, äh, wie es sein soll, genau. So, Fabrikatormaterial, genau. Schön, den Fabrikator immer schön anlaufen lassen. Genau, das ist wichtig. Wir brauchen dieses Metall. Das ist ganz, ganz wichtig. Warte mal, hier drüben fehlen uns ja noch Flammenwerfer, sehe ich gerade. Da können wir gleich nochmal welche in Auftrag geben eigentlich. Hier. Und hier drüben ja eigentlich auch, ne. Leider ist da das Gelände halt uneben. Das macht es nicht so einfach. Ich überlege ehrlich gesagt, den Flammenwerfer einfach mit ein bisschen Abstand zu bauen. Einfach hier hin. Und dann vielleicht... Na gut, da oben geht es halt leider auch nicht. Guck mal, vielleicht dann eher hier noch einen. Dass es so ein bisschen versetzt ist einfach. Wie gesagt, mal gucken, ob da oben dann überhaupt nochmal Gegner kommen. Das wird ja auch so eine Sache, wo die Horden dann spawnen. Müssen wir ja dann gucken. Defekte Batterie, oh, das ist nicht gut. Haha, Nova, äh, Ken, Ken Nova. Ken Nova könnte aber auch der Name von irgendeinem Baumarkt sein, ohne Witz. Ich gehe zu Ken Nova. Muss mal Matratzen bei Ken Nova ausprobieren. Ich brauche wieder mal eine neue. Hier, guck mal, kannst du ja mal hier das anlegen jetzt, Nova. Aber wie da das ganze Zeug rumliegt von der Zerlegeaktion, herrlich. Genau, schön ausrüsten. Jetzt haben alle wieder ordentliche Klamotten und Waffen und so. Haben wir gut gewuppt. Alle sechs Leute sind wieder voll einsatzbereit. Das freut mich. Das ist sehr, sehr schön. Und ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber ich erwähne es jetzt einfach nochmal. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Alien Dawn in der finalen Version reinziehen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da nicht wahr. Schaut in die Playlist rein, die am Anfang des Videos recht zur Ecke verlinkt ist und am Ende, um zu wissen, wie wir hierher gekommen sind. Und vielleicht auch, um mal zu schauen, wie das Ganze mit der Early Access eigentlich begonnen hat, weil das ist auch ganz interessant, was am Anfang so für Features drin waren und was jetzt mittlerweile draus geworden ist. Kriegt man einen ganz guten Vergleich eigentlich. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr es auch spielt. Und was ihr so für Strategien habt. Und welchen Modi ihr vielleicht gerne so spielt. Ist ja auch mal interessant. Ob ihr lieber den Militärmodus probiert oder lieber den Handelsmodus, wo man den Planeten dann kaufen muss. Das ist ja auch ganz lustig eigentlich. So, das Ding hier ist übrigens von der nicht allzu langen Zeit direkt vor der Base eingeschlagen. Das war ziemlich spektakulär. Ich dachte, für einen kurzen Moment, wo ich den Feuerball gesehen habe, dachte ich, das trifft die Base genau. Weil das wirklich so nah herangeflogen ist. Horde, 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 horde. Horde, 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 horde. Horde, 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 horde. Oh, 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 oh. Es ist eine große Horde. Große Horde. Große Horde, große Horde. Und gar nicht mal so weit weg. Okay. Nice. Warte. Wie viele? 85 Scherenjungtiere, 5 Juno-Zerstörer und 17 Blähviecher. Alles klar. Horde, 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 horde. So, jetzt muss ich mal gucken, wo sind sie denn alle so? Jack bewegt die Fallen. Okay, ja, gut, ja. Ja. Kann man durchaus tun. Kennenbesorgt Zeug. Wer ist denn alles angeschlagen? Warte mal. Du musst dich jetzt erst mal entspannen hier. Du musst erst mal Dart spielen, mein Freund. So, was macht sie? Sie, äh, präpariert die Batterie. Ja, das ist wichtig. Das kann sie mal gleich noch machen. Nova kann sich auch gleich mal entspannen. Die schneidert ja nur an den Stiefeln rum. Sender schläft gerade. Rita forscht. Rita kann sich mal gleich noch mal hier musikmachend entspannen. Ken, der fertigt gerade Sachen an. Der kann auch noch mal eigentlich, äh, sich mal hier mit Musik machen entspannen. Und Sora verwertet. Nein, warte, Sora. Du gehst nicht aus der Base raus jetzt. Du isst noch mal was. Du isst noch mal ein Brot. Dann sind sie alle in der Base erst mal. Dann habe ich sie alle erst mal beieinander. Was ich jetzt noch nicht geschafft habe, das wollte ich noch machen, aber ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Ich wollte Raketenwerfer an die Ecken der Base bauen, sodass die Viecher auch schon mal so ein bisschen vom Weiten beschossen werden von Raketenwerfern. Aber wenn ich jetzt hier mal gucke, die sind hinterm Berg, dann würde der Raketenwerfer wahrscheinlich schon gar, ne, der würde da gar nicht hinkommen. Na gut. Das wäre dann wirklich nur, um wenn die durchs Tor kommen dann, um die dann da abzufangen. So, Jack bewegt Fallen. Warte mal, du... Ne, du isst jetzt auch erst mal noch mal einen Buttermelonenkuchen. Nova macht gerade nichts. Okay, das ist erst mal, ja. Ken bringt was zu essen. Der isst jetzt auch noch mal was. Das ist auch okay. Rita forscht. Und keiner verlässt die Base. Sender schläft. Das ist gut. Das ist erst mal alles sehr, sehr gut, was sie machen. Erst mal noch mal die Bedürfnisse auffüllen, weil, warum lasse ich die immer die Bedürfnisse auffüllen, bevor die kämpfen? Also erst mal, damit nicht irgendwer Gefahr läuft, während des Kampfes einen Nervenzusammenbruch zu kriegen. Weil das ist Drama schlechthin. Oder die haben jetzt neulich auch so ein bisschen die Tendenz, dass sie auch mal einfach den Posten verlassen, wenn ein bestimmtes Bedürfnis zu dringlich wird. Und dann stehen sie dann da und lassen ihre Kameraden stehen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, wenn die mal verletzt werden, während des Kampfes und geheilt werden müssen und das vielleicht auch länger dauert, dann haben die nicht so schnell wieder Hunger. Und dann haben die schon mal was gegessen vorher und haben ein bisschen mehr Spielraum noch nach hinten raus, damit sie nicht während des Heilens so stark Hunger leiden und so. Also es erfüllt mehrere Dinge einfach. So, der Sender kann eigentlich bis zum letzten Moment schlafen und ich würde sagen, Jack können wir eigentlich schon mal jetzt draften. Der will was essen, oder? Weiß gar nicht, was der machen will. Ne, wir draften jetzt schon mal einige von denen und stellen die jetzt schon mal so hier hin. Kennen können wir auch schon ein, wo die ganzen Sniper, die stellen wir jetzt schon mal da oben hin und alle, die nichts zu tun haben. Hier, sie mit der Betäubungswummel stellen wir mal hier hin und den Sender, der schläft ja noch, genau. Und sie stellen wir hier hin. Genau. Die kommen ja wahrscheinlich alle durch das eine Tor durch. Die werden ja jetzt hier nicht nochmal auf... Naja, obwohl, da könnten auch welche durchkommen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir hier noch jemanden stehen haben. Den Sender können wir ja dann auch hier hin stellen und Rita geht dann wieder in Mech rein. Da müsste das passen eigentlich. Die meisten werden aber eher hier durchkommen, glaube ich. So, genau. Und dann, äh, Rita kann dann nämlich gleich noch die Verteidigungsanlagen aktivieren. Denn jetzt wird's nämlich dann auch kritisch. Einschalten, Stromschalten. Wir haben ja auch noch ein paar Windräder und so aufgebaut jetzt zusätzlich. In weiser Voraussicht haben wir das gemacht wegen Verteidigungsstrom. Dass der halt immer am Start ist. So, Rita kann den Mech bedienen. Oh, der Mech hat ganz leichten Schaden noch vom letzten Mal. Und der Sender, der ist jetzt so weit, dass er sich hier hinstellen kann. So, da müssen sie jetzt nur kommen, die Viecher. Wie hoch ist der Stromverbrauch jetzt? Oh, guck mal, wir sind sogar noch im Plus mit dem Strom. Krass, sehr gut. Wenn jetzt gleich die Sonne untergeht, wird sich das sehr schnell ändern, wahrscheinlich. Warum ist denn Rita schon an... Achso, das ist der Schaden vom Mech, glaube ich. So, Rita, stellen wir aber mal hier hinten hin, damit sie noch nach hinten weglaufen kann, falls was ist. Falls doch zu viele Gegner kommen. Und wenn hier von hier was kommt und durchläuft, kann sein, dass die Juno-Zerstörer durchlaufen. Dann kann Sender die hier betäuben an der Stelle. Genau, dann haben wir die ganz gut verteilt jetzt. Jetzt müssen die Viecher nur kommen. Strom sieht gut aus. Solange es noch hell ist, haben wir noch einen Überschuss. Und solange kann die Anlage im Verteidigungsmodus auch laufen, ohne dass wir ein Stromproblem kriegen. Die Viecher werden aber wahrscheinlich angreifen, wenn es Nacht wird. Da können wir ja mal die Suchscheinwerfer austesten. Da bin ich jetzt mal gespannt. Sie kommen! Wer? Die Marines! Wo? Jawohl, 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 jawohl. Das sieht sehr gut aus. Jawohl, Blutrausch hat er, aber nützt ihm nichts. Das sieht sehr gut aus. Jawohl. Ja, der Mech macht auch gut Damage. Sauber, sauber. Und Juno ist platt. Ganz ausgezeichnet. Und jetzt werden die kleinen Mistviecher da noch gegrillt. Die kommen gar nicht durch. Die kommen gar nicht durch. Guckt euch das an. Sie werden schon vorher gegrillt. Es ist eine einzige Insekten-Grill-Party, meine lieben Freunde. Seht euch diese Grill-Party an. Ich sehe nur Symbole aufplöpfen die ganze Zeit. Ich sehe gar nichts anderes mehr. Guckt euch das an. Ich höre nur noch kreischen und piepen und quietschen. Nein, der Flammenwerfer ist kaputt. Aber es ist nur ein Flammenwerfer bis jetzt. Die kommen gar nicht dazu, die zu schlagen, Leute. Ja, okay. Wenn sie natürlich hinter den Flammenwerfern stehen, ist es natürlich ungünstig. Warte mal, geh mal mit Mech da noch nach vorne, damit wir die letzten Reste vom Schützenfeste hier noch schnell platt kriegen. Das war ja... Easy come, easy go. Nice. Hier, Einberufung aufheben, aufheben, aufheben. Einberufung aufheben, 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 aufheben. Sauber, sauber. War gut. Kann man nicht anders sagen. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob der Suchscheinwerfer jetzt überhaupt einen großen Unterschied gemacht hat, ehrlich gesagt. Aber ich glaube schon, der hat so ein bisschen in die Richtung geleuchtet. Die haben dadurch auf jeden Fall mit dem Fernkämpfer ein bisschen besser getroffen, oder? Treffen die Flammenwerfer sich gegenseitig? Ne, die kann man gar nicht so aufbauen, dass die sich gegenseitig treffen. Wenn die sich gegenseitig im Radius befinden würden, dann könnte man die gar nicht platzieren. Suchscheinwerfer an die Beet fallen. Gewinkelte Flutlichter an die Eingänge. Ah, Moment, ich muss noch, äh, stimmt, wo gerade gesagt wird. Ich muss noch den Strom wieder, äh, hier, den, äh, den, äh, den Dings wieder ausschalten. Sender, mach das mal, genau. Du hast gerade fertig gegessen. Verteidigung deaktivieren. Was wir noch machen könnten, um mehr Platz in der Base zu haben, ist mir noch eingefallen. Wir könnten die Windräder komplett nach außen platzieren, eigentlich. Dann waren die ständigen Schadenspunkte wohl die explodierenden Riesenplöpse. Ja, ich glaube, die, die machen ja immer so Abgasungen und die beschädigen auch die Strukturen um sie herum. Und, äh, ja, das macht natürlich auch Damage. Wobei hier, der Zaun hat nichts abgekriegt, erstaunlicherweise. Die Zäune sind alle heil geblieben, ist auch geil. Er hat eine Staffel gekriegt. Ja, also es war easy. Also das muss ich jetzt mal sagen. Wie gesagt, ich weiß aber nicht, das wirkt schon fast so, als wäre das die maximale Hordengröße. Äh, weil, also wir sind jetzt im Jahr 3. Ich weiß jetzt nicht, ob das pro Jahr dann größer wird noch. Aber, also, bisher ist das jetzt so die Größe gewesen. In der Größenordnung hat es sich jetzt bewegt. Mal gucken, vielleicht, ähm, kommen wir ja da nochmal in späteren Jahren. Wir sind ja auch bald wieder im Winter. Vielleicht kommt ja da nochmal was. 65% vom großen Mech haben wir jetzt erforscht. Schade, dass es so mächtig lange dauert. Aber, naja. Dauert leider immer ein bisschen. Sehr schön. Da ist ein Flammenwerfer schon wieder repariert. Wir haben ja auch genug Metalllegierungen zum Reparieren und so. Wir produzieren ja immer was. Ich habe ja jetzt ja noch einen dritten Replikator aufgebaut. Damit wir immer schön dieses Zeug reinkriegen. Hier, genau. Und ich habe auch nochmal die Mindestmenge erhöht zum Einlagern. Da kommt auch gleich wieder was. Ist gleich wieder was fertig. Jawoll. Da kann der Sender dann direkt nochmal das einstellen hier. Dass da immer schön was rauskommt noch. Wird schon wieder hell. Hier, Sender, mach mal Metalllegierung. Produktion aktivieren. Ganz wichtig. Der Bodenbelag gefällt mir sehr gut. Haha, das ist gut. Das freut mich. Habe ich mit Liebe verlegt auf jeden Fall. Sehr schön. So, ich lasse mal ein bisschen die höchste Stufe eingestellt bei der Zeit. Damit hier mal ein bisschen Progress passiert. Das ist ein nettes Gewusel auf jeden Fall. Aber muss mal sein. Weil wir müssen mal jetzt hier mal was machen, ne? Muss jetzt mal was rumkommen. Flammenwerfer werden repariert. Genau. ScrapMetal wurde geplündert. Das ist auch gut. Wer hat denn das jetzt gemacht? Kennen? Ah ja, der kennt. Deswegen haben wir so viel gekriegt. Nicht schlecht. Sauber. Guck mal, die Junos, die sind halt bis nach hier vorne gekommen. Aber dadurch, dass wir halt noch den Mech hatten, der sich da noch ein bisschen mitpositioniert hat, sind sie halt auch recht schnell platt gewesen, ja? Und wenn er dann doch mal in der Falle hängt, normalerweise haben die ja nur eine 90%... Ne, wie war das? 90% Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Falle nicht auslösen, die Junos. Aber dadurch, dass halt da so viele Fallen sind, immer wenn sie in eine reintreten, wird ja wieder die Wahrscheinlichkeit gewürfelt. Also es wird ja immer geschaut, wann die 10% kommen. Und, ne, also, ja, so nicht... Also, ne, wie wäre es, wenn sie 100 Fallen durchlaufen, bei 10 laufen sie dann rein irgendwie. So ähnlich. Also, je mehr Fallen halt sind in ihrem Weg, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie halt hängenbleiben. Weil irgendwann kommt halt die eine Falle, die dann auslöst. Und, äh, das war dann halt da an der Stelle auch noch so. Also, die kommen im Grunde nicht mal in die Base. Momentan. Wenn da jetzt nicht die Horden nochmal deutlich größer wären. Deswegen, also ich glaube, ich hab die Base jetzt gerade auch schon so in so einem Zustand, dass ich auch theoretisch auf dem schwereren Schwierigkeitsgrad die Gegner locker abwehren könnte. Wenn, wie gesagt, jetzt nicht die Horden nochmal eine Idee größer werden sollten. Das ist halt die große Frage. Oh, ne CPU hat kennengefunden. Sehr schön. Nice, nice. Müssen wir mal schauen, ob die Horden noch größer werden. Das ist ehrlich gesagt eine gute Frage. 475 Scrap Metal haben wir. Und das, obwohl wir hier schon die ganzen Fallen gebaut haben. Mann, Mann, Mann. Naja, da können wir eigentlich ja hier nochmal direkt an den Turrets auch nochmal die Fallenflächen noch vergrößern. Weil wir haben so viel. Wenn wir so viel haben, dann können wir uns da auch mal nicht lumpen lassen. Dann müssen wir mal das hier so machen. Genau. Immer schön auch vor den Eingängen. Und dann können wir eigentlich auch irgendwann nochmal die Lücken zwischendrin noch ausfüllen. Weil, was soll der Geiz, ne? Wenn wir es haben, das Scrap Metal. Stimmt, warte mal. Hier muss ich auch noch Fallen auslegen. Hier füllen wir mal komplett aus. Wegen dem Feld, was hier ist. Da kann ich ja nichts machen. Und vielleicht auch so ein bisschen so hier noch. Oh, nicht genügend Materialien. Ah, da war ich wohl ein bisschen zu gierig jetzt. Ah, ist egal. Die plündern ja eh noch die ganze Zeit. Das müssen sie ja erstmal alles verbauen jetzt. So, jetzt erholen sie sich. Sehr gut. Wieder vorlaufen. 67% von Mech. Haben wir erforscht. Tacker doch gleich den Planeten mit den Fallen voll. Naja, erstmal müssen wir dafür sorgen, dass möglichst innerhalb des Verteidigungsrings von den Holzmauern, dass innerhalb davon möglichst viel Fallen stehen. Also möglichst da, wo die Eingänge halt auch sind. Das ist halt ganz wichtig. Oh, was ist denn da los? Ähm, hallo? So haben wir ja nicht gewettet. Ich brauche mal einen Sniper. Warte mal. Die hängen da fest. Hier, äh, du machst das jetzt mal. Stell dich mal da hoch und schieß mal auf den. Sonst macht der mir hier den Ding kaputt. Und Gott sei Dank ist er nicht so schlau, um auf das Fundament drauf zu hauen. Wobei das jetzt in dem Fall sogar besser wäre. Ja, bis Jack da ist, weil du brauchst die nicht hochstellen. Stell dich einfach da hin. Sonst, bis er da oben ist, kann er den von da überhaupt treffen? Toll, konnte er Jack nicht ausschlafen hier. Ah, na okay. Da haut er von alleine ab. Na toll. Der kann auch mal schlafen. Der hat jetzt nicht richtig schlafen. Ja, manchmal rasten die normalen Tiere halt auch komplett aus. Das passiert, glaube ich, manchmal random. Und auch, glaube ich, wenn die Nahrungsmittel knapp wären außerhalb der Base. Wenn nicht mehr so viel wächst da. Dann rasten die, glaube ich, aus. Dann wollen die zu den Nahrungsquellen in der Base. Na genau, hier auch wieder. Dann wollen die hier zu den Feldern gehen. Und wenn da natürlich die Fallen und die Flammenwerfer sind, rennen sie da natürlich rein. Suchscheinwerfer an die Fallen. Ja, erstmal noch nicht. Würde ich erstmal noch warten. Suchscheinwerfer sind, glaube ich, nicht so eine Prio. Fallen sind, glaube ich, erstmal wichtiger noch. So, Jack schläft jetzt noch. Genau, der soll sich ruhig mal ein bisschen ausschlafen. Der ist nämlich schon ganz schön kaputt auch. Ken ist irgendwie aber auch ganz schön kaputt. Schlachtet Juno, Zerstörer. Ja, okay, mach. Mach es. Mir wäre es aber ehrlich gesagt lieber, wenn wir mit dem nochmal eine Expedition machen. Aber dann ist er wieder voll kaputt, wenn er dann wiederkommt. Warte mal, nee, mach mal mit Ken. Dart spielen und dann nochmal losschicken. Würde ich jetzt mal machen. Weil, ähm, wir brauchen Scrap Metal wieder jetzt. Und die anderen können plündern hier vor Ort direkt. Sehr gut. So, Ken, du darfst mal zu den Frachtkapsel trümmern. Wunderbar. Mal gucken, was bei rumkommt. Und hier wird ja eh geplündert. Genau, da kommt dann auch nochmal ein bisschen was zusammen. Nicht schlecht. Jawohl, guck mal. Jetzt, wo gerade die Horde auch durch ist. Nein, ein brennendes Passagierschiff. Und ich habe gerade Ken losgeschickt. Ein heftig brennendes Passagierschiff ist am Horizont abgestürzt. Toll, wie lange ist denn das vorhanden? Moment. Mal gucken. Uraltes Passagierschiff. Nee, Moment. Uraltes außerirdisches Schiff. Ach ja, stimmt. Da müssen wir noch die Alien-Dinger aktivieren. Da hier die Sprache erforschen. Das haben wir auch noch auf der Liste. Das kommt dann nach dem Mech. Das wird auch noch spannend. Mal sehen, was da dann ist. Schuhe schneidern. Jawohl, das ist gut. Und was ist rausgekommen? Jawohl, Altmetall. Und Sommerkleidung. Ja gut. Sommerkleidung ist eigentlich jetzt, wo gerade Winter wird. Da wären natürlich synthetische Stoffe oder so. Wäre natürlich geiler gewesen. Aber naja, egal. Ist halt jetzt so. Besser als nix. Was fehlt uns eigentlich noch so an Klamotten jetzt? Wir haben Helme, fehlen uns. Westen fehlen uns. Stiefel haben wir jetzt fast schon ausreichend. Das ist schon mal gut. Vier Stiefel. Da soll sie ruhig noch einen kompletten Satz herstellen. Dann die Hosen, genau. Die Westen und die Helme, genau. Da gehen wir mal auf sechs. Dann haben wir von jeder Sache eine, also eine Garnitur für jeden halt. Das ist halt, wenn irgendwann mal einer mal durch irgendein Event oder so beschädigte Klamotten hat, dann kann er die dann komplett austauschen. Und jetzt fehlen nur noch zwei Scrap-Mittel. Sehr schön. Wohnt der Bar. Und da schlafen sie wieder. Ja, wie gesagt, ich lasse jetzt mal. Was? Schon wieder das Viech. Meine Hüte nochmal. Diese Viechers. Was ist hier jetzt los, ey? Invasion oder was? Vor dem Winter kommen die alle hier zu den, zu den, äh, Feldern und wollen hier fressen. Gibt's doch nicht. Aber naja, ihre Schuld halt, wenn sie da hinlaufen und in die Flammen, in den Flammen sterben. Ja, komm her, komm, lass dich grillen. Ey, warte mal, stimmt. Wir können die schlachten, die Viecher. Dann können wir wieder hier meisterhafte Steaks herstellen. Das ist gut. Ganz ausgezeichnet. Ja, lauf rein, komm, lauf. Tu es. Los. Dickes Gerät. Hahaha. Lach, lach, lach. Okay, die haben jetzt dazugelernt. Sie rennen nicht komplett rein. Immerhin. Windrad-Effekt, Flammenwerfer beschädigt. Wie sie rennen. Haha. Sender macht die Falle nochmal neu. Genau, da ist wieder der Ken. Der hat Scrap-Metal dabei. Sauber. Und Ken ist am Schlachten hier, genau. Ja, der kann eigentlich mal hier die Rindviecher mal schlachten. Ah, wir können die Pilzfackeln bauen, fällt mir mal gerade so auf. Die sind ja jetzt geerntet worden hier, genau. Das ist ganz praktisch. Wenn wir die hier so in die Ecke stellen, dann haben sie nochmal was, was sie bewundern können. Und dann kriegen sie nochmal so ein bisschen so einen kleinen Push. Und das Schiff erkunden. Ja, wie ich sagte, da müssen wir erstmal die Aliensprache erforschen. Sonst geht das nicht. Dann können wir das nicht machen. Aber wir erforschen gerade noch den Mech. Den müssen wir zuerst erforschen. Und dann können wir das machen. Und an dieser Stelle endet diese Folge Stranded Alien Dawn. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die BR-Nachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos. Nicht nur zu Stranded Alien Dawn, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Er wird für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Unterstützungsmöglichkeit. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.